So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Tempel. Ähm... So. Haha, sterbt. Oh, ging er schnell. Bald 41, juhu. Ah... Jetzt mal kommen da und schon laufen die scheiß Viecher wieder einzu. So. So, 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 so. Und da sind wir auch schon... Ich hab jetzt schon keine Lust auf diesen Behindertentempel. Nein! Es ist Zeng! Zeng? Von den Türks? Man hat mich reingelegt. Und dafür stehst du auf? Okay. Das ist nicht das verheißene Land, nach dem Sephjot sucht. Sephjot? Er ist dort? Du erzeugt dich selbst. So ein Elend. Erde gehen zu lassen war der Anfang meines Elends. Der Präsident hatte Unrecht. Du hast Unrecht. Das weise Land ist nicht, wie du es dir vorgestellt hast. Ich werde nicht reingreifen. Schau mal, er könne sowieso nicht gewinnen. Eingreifen, nicht reingreifen. Ha. Ziemlich hart. Das sieht dir hier nicht, dass du sowas sagst. Der Schlüsselstein. Der Schlüsselstein. Leg ihn auf in dein Alltag. Schlüsselsteine halten. Du weinst? Seng ist bei unseren Feinden, den Türks. Aber ich kenne ihn, seit meiner Kindheit. Es gibt nicht viele Menschen, von denen ich das sagen kann. Ja, wahrscheinlich gibt es nur eine Handvoll Leute auf der ganzen Welt, die mich wirklich kennen. Ich stecke jetzt den Schlüsselstein rein. Das hört sich irgendwie besser. So. Oh, ich versinke den Boden. Es kommt so ziemlich der schlimmste Part in diesem ganzen Spiel. Worte, Gefühle. Ich kann das spüren. Kein Ausgang. Wir müssen nicht umkehren. Wir können. Ganz ruhig. Mann. Klaut. Ich weiß jetzt, wie zart, aber nicht aufgeben. Wir schaffen das. Oh Gott. Ich habe voll keine Ahnung mehr, wie der Weg ist. Wow. Ähm. Oh. Kann ich... Ne. Da kann ich nicht hin. Okay. Ah. Oh Gott. Ihhh. Bist du hässlich. Hm. 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 Was machen Drino eigentlich? Hm. Probieren. Ich finde das spannend. Oh. Ich hätte mir ja denken können. Naja. Uh. 1000 Damage. Na toll. Okay. Kein Feuer. Mois. Nochmal. Hm. 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 Dann nehmen wir mal Demi. Na toll. Vincent, du bist mal wieder so nutzlos. Probieren wir halt Gift. Ähm. Ah. Okay. So. Und nun weiter. Okay. Ich muss doch da runter. Ah man. Ich hasse diesen scheiß Weg. Ich hasse diese scheiß Gegend. Ich hasse allgemein das hier. Kann ich da hinten hin? Kiste. Dreizack. Wow. Boah. Jetzt habe ich einen Dreizack. Kann ich... Million. Care. Frau. Spielen. Scheiße. Ja. 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 Das ging ja schnell. Oh. Ganz toll. Weil ich Schokomog auch so oft benutze. Die ganzen schönen Kisten. Ja. Was war das? Das Siegel? Diese Töne wecken Erinnerung. Boah. Strange. Meins. Ich weiß nur, dass es hier unten rum falsch ist. Aber ich will gucken, ob ich noch irgendwelches E-Tips finde. Ja. Da. Kiste. Giftkiste. Oh. Ah. Seid ihr hässlich. Seid ihr hässlich. Na, hallo. Geht doch. Tjo. Raketenschlag. Kannst tun. Okay. Klottere Zuckungen. Wo bin ich? Hehehe. Ich kümmere darauf. Ach, da ist die Substanz. Ach, da ist die Substanz. Juhuuuu. Juhuu. Untertitelung des ZDF, 2020